Willkommen zurück bei The Forest. Hallo und ihr kennt es wieder. Es ist noch Staffel 1, denke ich, hoffe ich. Wir haben uns jetzt einfach entschieden, weil wir jetzt doch einfach ein bisschen voreilig, sag ich mal, die Story abgeschlossen haben. Das wollten wir eigentlich nicht. Das war eigentlich ein Fehler. Wir müssen jetzt beide zugeben, wir fielen uns ein bisschen leer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn ihr irgendein gutes Spiel spielt und abschließt, dass ihr danach diese Lehre habt. Ja, so nicht zufrieden und ihr wollt eigentlich das Spiel noch weiter spielen, aber euch die Motivation fehlt, weil ihr ja schon das Ende kennt, beziehungsweise, ja. Ja. Ihr denkt dann, oh, jetzt ist das ja, warum mache ich das eigentlich noch? Ja, genau. Aber, wir wollen noch ein bisschen, die schlafen nicht mehr bei mir, die sind noch drei. Wir wollten noch gerade in der Ruhe reden, scheiße, sorry. Wir kommen nicht hoch. Naja. Ja, wir werden sehen, wie lang wir trotzdem motiviert bleiben, soll ich mal? Ich habe gerade einen Donner gehört. Wie lang? Oh. Im Westen, Weihnachtsseite. Nein, nicht in echt, sondern hier im Spiel. Ach so. In der Höhle habe ich einen Donner gehört. Ja, ich habe Kölner verstanden. Oh, nee. Alter, der mich voll getroffen. Ich treffe die nicht, aber die treffen nicht. Guck mal, fertig, den hier. Ist ja immer andersrum, ne, dass man eigentlich die, die Gegner trifft. Du kriegst eine Kopfnuss und du. Keine Kopfnuss, komm mal, ja. Ja. Auf alle Fälle, ähm. Ja, wir wollen jetzt einfach ein bisschen weiter bauen, noch ein bisschen die Höhlen erkrinden. Und noch ein bisschen Erfahrung einfach zusammen in den Ruhe spielen. Und wenn dann, ohpala, irgendwann mal tolle Neuerungen dazukommen. Ja, ich hoffs. Dann machen wir einfach mal Staffel 2, fangen dann komplett neu an. Und dann, ja. Ja, auf alle Fälle, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich werde das wahrscheinlich so machen, wahrscheinlich Skull auch, das kommt ein bisschen vor. Mit dieser Folge, wo wir angefangen haben, die Story zu, hallo? Die Story zu beenden, ne? Hä, lol, ich fall da die ganze Zeit... Was machst du denn? Ich fall die ganze Zeit... Egal. Ja, komm halt hier. Ja, ja. Ähm, der Punkt, die, die, die Folge, wo wir, ähm, die Story beendet haben. Angefangen haben zu beenden. Also da, wo ab wir, ja, wo wir halt vor der Tür stehen, sag mal. Genau. Werde ich was... hab ich, hab ich wahrscheinlich, oder werde ich was einfügen. Damit ihr wisst, dass dort die Story, äh, anfängt. Die Story-Ende anfängt. Und dass ihr theoretisch direkt zu dieser Folge springen könnt. Ja. Und, ähm, ja. So gesagt, die Story, falls ihr dieselbe noch spielen wollt, oder so. Dass ihr das Video spielen könnt. Genau, dass die halt jetzt nicht gespoilert werdet. Also es kann sein, dass... Gerade du jetzt, der hier zuguckt, vielleicht schon von dieser Folge... ...kimmt. Und die ganzen letzten... Wie viele Folgen waren das eigentlich? Dann ist ja auch mindestens fünf, oder so, oder? Ne, ne, ich hab nachgezahlt, das waren jetzt drei. Drei? Was? Von der Tür aus, bis zum Schluss, drei Folgen. Dass du jetzt drei Folgen übersprungen hast. Ich kann nicht... Ich weiß nicht, meiner kann nicht mehr schnell schwimmen. Was drückst du nur für ne Taste? Nur... Shift. Ja, ich aber auch. Macht meiner nix. Ganz komisch. Verlierst du dann Ausdauer, wenn du's machst? Ja. Ne, manchmal funktioniert's manchmal nicht. Quali, kann sein, dass du jetzt drei Folgen übersprungen hast. Dann... Herzlichen Glückwunsch. Ich würd's dir empfehlen. Lass es so. Und warte ab. Vielleicht ich selber. Oder guck dir dann bei... Wenn du wirklich sagst, oh, jetzt hab ich eigentlich keinen Bock. Jetzt will ich wissen, wie das Spiel endet. Dann kann man's anschauen, ja. Dann kannst du nochmal zurückgehen, aber... Ich persönlich bereue es ein bisschen. Ich auch. Ich hoffe, dass wirklich die Motivation wieder so richtig zurückkommt. Also ich will das Spiel noch... Was ist los? Weil ich will das Spiel noch weiterspielen. Unbedingt, weil das Spiel ist ein echt Hammer. Ja. Mal schauen wir mal, wie's... Wie's mit der Motivation ist dann, weißt du? So... Naja. Ja, genau. Und wir gehen jetzt einfach wieder ins Tor und gehen da zurück. Ja, wir wollen jetzt genau, ähm... Hä? Ach da. Wir wollen jetzt einfach mal dort, ähm... Die Höhle entlang gehen. Dann müssen wir auch den Eingang, ne? Zum Sekol, obwohl wir den wahrscheinlich jetzt noch nicht mehr brauchen werden. Hä? Ja. Obwohl, wir haben jetzt hier heute schon nicht abgeschlossen und vielleicht... Naja. Ich glaube in der Staffel 1, äh... Zweimal das Ende spielen ist vielleicht ein bisschen blöd. Ja. Bestimmt. So, ich muss jetzt aber erstmal ein bisschen was, ähm... Pass auf. Was essen. Jetzt einfach nochmal ein Snack. Zwei hab ich noch. Ich hab noch fünf. So. Und was trinken. Nämlich einen Soda. Da hab ich auch Energie wieder voll. Und es kann direkt weitergehen. Ich glaub nach links ging's dann hier, ne? Ja. Sieht glaub ich richtig aus. Ach, ich hab schon wieder vergessen auf die Uhr zu schauen. Ähm... Ja, ich nicht. Ich hab's... Ungefähr... Fünf Minuten haben wir jetzt, circa. Ja, okay. Passt. Alles gut. So, jetzt pass auf. Ähm... Da ist sie. Da geht's. Wie ist's zu? Bei mir? Na, jetzt geht's auf. Ja, ich glaub diese Folge halt werden wir wieder versuchen einfach Richtung nach Hause zu gehen. Diese Höhle entlang zu spazieren und gucken wo wir rauskommen. Ich hab jetzt keine Ahnung wie lang die wird. Also... Ja, ich auch nicht. Doch, das ist jetzt schon cool. Das ist jetzt schon interessant. Das interessiert mich jetzt schon wo wir hier rauskommen. Wo der Eingang gewesen wäre. Ja, das interessiert mich auch. Das interessiert mich mega. Weil wir haben da echt lange gesucht und ich kann mir nicht vorstellen, dass das der offizielle Weg gewesen wäre. Da die Wand, äh... Ja, das war... Ja, irgendwie... Das hätte ich nie gedacht, dass man da wirklich runterklettern kann. Ich hatte doch... Dass du auch mal da runterkletterst. Ich dachte, ich schwimme. Aber jetzt einfach direkt nach Hause, oder eigentlich? Ja, einfach direkt nach Hause. Wenn wir noch in der Höhle unterwegs finden, halt markieren. Genau, das hier vielleicht auch noch markieren mit, äh... Rot, oder... Was haben wir gemacht? Lila, Lila. Ey, warte. Vollendet war Lila, oder? Noch nicht gelb. So war das. Meine Fackel leider ausgegangen. Aber stell dir mal vor, bis man da überhaupt hinkommt, wie viele Altare man da füllen muss. Oh, ne. Genau. Vorher waren hier doch voll viele Mut... Ach ja, der Mutant. Okay, jetzt pass auf. Alter, die Fackel bringt überhaupt grad gar nichts, irgendwie. Naja, aus Holz, ne? Warte, ich nehme aber schon die Waffe in die Hand. Ja, hab ich auch. Okay, das ist so einer. Den... 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 Muss ich akzeptieren. Äh, bei mir geht die Tür nicht offen. Hä, bei mir ist die offen. Ne. Bei mir ist die zu... Ah, jetzt geht's offen. Der Mutant hink grad hinter der Tür, irgendwie. Ja. Und... Ah! Meine Muni ist alle. Mhm. Von der Flair. Oh! Ohne Rüstung, da ist man... Lebt man echt gefährlich. Oh ja, ja. Jetzt, wo du sagst. Ich muss den Medic nehmen. Oh! Alter, ich bin tot. Ne, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Was denn? Ich habe dich voll gewatscht. Ja, ich dachte, der guckt in deine Richtung. Hätte ich auch gedacht. Oh! Oh, oh! Oh! Okay, dann müssen wir den Ablenken. Ich... Ich glaube, jetzt bin ich voller Blut. Das... Das musst du glaube ich ganz kurz ablenken. Ich muss mal ganz schnell... Warte. Okay, ich hab's geschafft. aber bei mir jetzt zweimal um alter ich dachte wieder meine seite jetzt ist er doch der start sehr schön das war jetzt echt mit risiko verbunden mehr bei leck mich am arsch ich habe echt keine rüstung nichts nein das ist noch einer willst mich verarschen ach laber mann hast du es nicht gehört jetzt oh nein da ist er noch ja warte ich muss da noch zwei mal medic herstellen damit ich was genau gute idee zurück was braucht man gleich wieder mary gold coneflower und aloe vera also ich meine aloe vera wäre scheiße gut 33 leben habe ich hergestellt noch aber kam ich irgendwas mit feuer vielleicht ach was mache ich denn da coneflow ähm oh mein gott was wie pervers geil jetzt pass auf was ist geschafft einfach ein stoff dazu gezahndern und dann auch alkohol drauf er hat mich erwischt glaubst du es geht irgendwo aus ja natürlich geht es irgendwo aus wenn stoff wieder alles okay das krieg mir erst jetzt raus ich muss echt ein bisschen mehr rumprobieren und dann kriegst du ja wunderbar voll easy alter das bringt doch voll viel dicht so ganz gut ja das ist echt ja da muss ich wieder freispringen was ich weiß nicht da ist ein loch da ist ein warte da ist irgendwas da ah ich hab's ah da kann man runterklettern es ist wieder hey ich dachte wir haben acht von acht das ist wie so eine karte mit nix drauf warte war wir werden wissen ok wo kann man ja ich dachte muss man freispringen gut dass du noch mal hingeschaut hast und dann kann man einfach runterspringen da ist irgendwas ja das kommt öfter ach da kann man ja da kann man hochklettern toll wozu man kann doch hier bestimmt hoch springen ach das kann man muss man wegsprengen ja ja das muss man aber ich bin nicht so toll die 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 kletterwand die bringt sie auch voll kommen auch ohne klettern hoch ja du hast eine bombe sehr gut ich dachte jetzt habe ich die bombe gegen sich geworfen ach das wieser wasser rüste ich mich halt wieder mit diesem atemgerät schon mal aus ja gute idee wir haben es mir überhaupt tauchen ich weiß es nicht äh ne da laufen sie wieder ja oh ich sehe gerade ich muss mal wieder trinken und essen oh es wird so langsam kritisch bei mir hoffentlich sind wir bald daheim ja ich hoffe es auch damit ich mal wieder ein bisschen entspannen kann und wieder alles gut ist damit wir das ein bisschen sammeln können und bauen können weil ich habe voll bock aufs bauen aber voll gas tief geht es denn da runter ist da noch irgendwas oh man da geht es irgendwie noch mal runter ne oder ich schaue mal gerade kurz ne doch nicht oder ne das ist aus gott sei dank weil ich möchte es echt noch nach hause wenn man so lange irgendwie draußen muss da ist das gefühl von daheim doch noch da ne so so irgendwie so mal anzünden der ist auch schnell da gewesen du willst es doch auch stirb ja hier sind wir Sticks toll hätten wir doch bisher hergegen ja gut aber hätten wir zwei Mutanten töten müssen ich glaube da wäre die andere Optionen spielen neue Staaten doch ein bisschen besser ja das ist eine komische Wende Alter jetzt hört es aber auf warte mal drei gehen die nicht auf ans Tor alle drei gehen auf mich schön verreckt ihr Säcke oh alter 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 was ich bin fast tot man was hat mich erwischt alter ja okay dass die Flamme hält nicht lang das ist ja voll unfair ich war im Menü um schnell Medic zu nehmen und genau während ich im Menü bin äh äh haben sie mich hier angegriffen äh 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 der Alkohol fällt gar nicht so lang vor allem wenn man noch damit kämpft ich glaub das beschleunigt das noch ja gut aber das zündet halt die Leute gut an ne und macht halt immer noch den gleichen Schaden ja gut wenn man genug Stoff hat ne gut also ich hab jetzt kein Alkohol mehr ich hab auch kein Alkohol mehr ich hab grad mein letztes Alkohol verwendet äh für diese Fakten äh geh mal hier lang oder geh mal da was oh oh das ist ein Mutant alter wo kommt der her äh ach du scheiße mann also kacke wo war unser Ausgang wir haben echt den leichtesten Weg nach unten irgendwie genommen ne es ist ja krass was hier alles aufgeht ähm wow 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 ich bin vielleicht tot komm schon bei mir ist alles öh ach Gott sei Dank fackelt euch schön an ne ich auf mich mal leben oh der war ja easy so die kleinen Babys ach Gott das ist echt alles auf einmal ne hier jetzt runterklettern das war glaub ich da müßes hoppala ach hier geht's hoch ne hier könnte man einfach weiter ja ja da hab ich auch gefragt ob wir jetzt da hochgehen oder ob man da erstmal ein bisschen erkunden denn jetzt verbrennt verrecke oh geht doch also ich schade noch ein bisschen äh noch ein Baby was ist denn hier los noch ein Baby ich mein wir kommen jetzt ganz ganz schon gut klar mit solchen Füßen alter das Baby macht viel Schaden weg ja Soda Dinger ja sehr schön das Baby ist weg was ich brauch auch Soda da kann ich ein bisschen was trinken so Energie und so ach das hat gut getan da ist ein Cop da ist wieder Soda ne geh's nicht ne ne so da kannst du Soda noch aufnehmen äh ja wo ist denn Soda bitte da ist hier keine Soda da ich ich hab hier eine Flasche hier direkt hier liegt hier bei dir kein Soda hier direkt hier nein hier liegt kein Soda noch einmal und dann doch ich freu mich schon also jetzt so wenn ich jetzt so weiterspiel macht es mir schon noch mega Spaß und ich freu mich richtig auf unser Haus das wir dann einrichten und äh mit unseren Regalen und sammeln das auch das freu ich mich schon drauf Alter einfach ein bisschen den Kopf abschalten damit du hier nicht mehr so an die Story denkst und dann ist alles gut ja uhr später nochmal ein Baby uhr alter was ist jetzt zu oder das Baby das Baby das ist alter das war der hat mir jetzt mehr Schaden gemacht wie das fette uhr ich hab vielleicht nicht hin so einen verdammten hey woher kommen die alle plötzlich mein Leben mein letzte letztes Leben Ding ich kann mir auch kein Leben mehr machen okay lass uns lieber hochklettern ha das war jetzt ein Schlag und mein komplettes Leben weg wo 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 uhr ok der kommt her hoch was never man arsch mich nicht alter yes klar genug alle klettern ich hab mich voll sicher hier oben gefühlt wo WTF Alter burn burn motherfucker burn wo ist hier der Ausgang ich muss hier raus ganz ehrlich ich hab kein Leben mehr nichts mehr man burn motherfucker nein meine Fackel ist hier jetzt ausgegangen genau jetzt warum oh mein Gott von hier kommen wir ja wie viel hält die denn noch aus natürlich bin ich hier am Eingang du lässt mich einfach alleine scheiße 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 fuck wo bist du man lass mich einfach allein nein ich wollte eigentlich die Ding finden den komische Seil wo war denn das shit da ich hab's ich hab's hier komm hierher komm komm zu Papa bist du da ok ist es tot hast du's getötet nein ich bin mir nicht sicher es hat irgendwie abgezogen nein es kommt scheiße ja komm dann komm hierher hier ist der Ausgang scheiß drauf was bringt das noch wenn wir uns jetzt töten wir haben uns umgeguckt da war nix mehr ich will nur noch nach Hause ich kann nicht mehr sterben man ich hab kein Leben mehr ich kann mir kein Leben mehr herstellen medics hab ich auch nicht mehr Rüstung hab ich auch keins mehr ich bin grad voll am Arsch ach hier geht's ok geht's da geradaus weiter oder ist da Tunnel hier geht's runter aber geradaus geht's auch was machen wir warte gehen wir mal ganz kurz geradaus na komm tauchen wir mal voll von Youngsthasen geworden du wenn man keinen Medic mehr hat dann ist das nicht so lustig hm ich muss glaube ich echt langsam erstmal wieder bissl äh aber hier geht's wirklich irgendwo hin man hm B wir schwimmen jetzt wieder zurück oder so ne hä hä hier geht's doch gar nicht weiter ne ja für was ist das da man das ist unnütz ach kann man hier kann man Stoff sammeln ah das ist gar nicht ganz so schlecht Alkohol jawoll das ist auch gar nicht so schlecht na gut ok jetzt muss ich aber zurück jetzt muss meine Luftflasche jetzt gleich leer umarmen will ich nicht du bist kritisch oh oh also ich wünsche mir mehr solche Spiele wie das hier ganz ehrlich oh das wirst du ja jetzt hat das hier irgendwann aufgeschrieben ja bei mir auch oh oh hier ich erstücke ja ich geh schon hoch oh Gott sei Dank ach ne halt da ist nochmal her gekommen ach verdammt Hunger hab ich ich hab Hunger und kalt ist mir auch ja ich ist unbedingt nach Hause find way to stay under water longer hab ich das schon ach das ist ganz gut so meins sieht noch gut aus du isst bitte das vergammelte ok meins sieht noch wunder gut aus wunderschön oder eigentlich könnte man direkt hier dann weil wir sind soweit ne ok die Folge ist schon wieder vorbei lass uns achso die Folge ist vorbei ich zünd euch noch schnell an ok warum erst ab ok komm 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 chill mal oh heaten gut also falls ihr dann noch ah genau erst mal an nochmal schnell aha ok dann ähm dann danke fürs Zuschauen dann wieder bis zum nächsten Volker tschüss tschüss